Deswegen machst du das Projekt doch zusammen mit mir? Zusammen mit mir, ja? Machst du ein Projekt zusammen mit mir? Ein Projekt! Herzlich willkommen zurück zu O-Engineers mit dem Goro bei. Goro hat mich gerade angemerkt, dass ich das da nicht einfach so hinstellen kann. Doch, eigentlich schon. Weil das kann man einfach so abbauen. Bamm, kriegst du nur so ein Machine-Frame drauf. Das ist doch der Klassiker. Ja, kann man das abbauen? Ja, müsste gehen. Nein, konnte man nicht. Machine-Frame. Nein, das ging nicht. Jetzt brauchen wir die Storage, ne? Ja, wir brauchen jetzt die... Ich brauche gerade ein... Also 64k wäre ja schon edel. Aber... Ich glaube, dafür möchte ich dann wirklich Rezepte abspeichern können oder Rezepte drin liegen lassen. Warum? Weil... Oh, das sehe ich gerade. Hast du dir das Rezept mal angeguckt? Dann brauchst du Storage Cluster. Für den Storage Cluster brauchst du drei Storage Blocks. Für die Storage Blocks brauchst du drei Storage Segmente. Für die Storage Segmente brauchst du drei Storage Cells. Das geht immer, das ist voll assi. Naja, gut, ne? Naja, gut. Aber mit... Das müssen wir auch bauen, ey. Das ist geil. Ich baue ich mal. Kannst auch mit 1k anfangen. Aber ich weiß nicht, wie cool das ist. 1k lohnt sich überhaupt nicht. Wenn dann 16 überhaupt. Ja gut, aber wenn du 16 machst, dann kannst du auch so gut 64 machen. Ja eben, dann kannst du schon 64 machen. Das Problem ist, dass wir uns das da nicht teilen können dann. Warte mal. Add Thermal. Hat Thermal Expansion so einen Zettel zum Rezepte speichern? Äh... Nee? Doch! Schematik. Ah, okay. Ich hole mal eben was. Aha. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich auch nicht. Meinst du, die Leute merken das? Nein. Oh, ich habe eine Schematik gefunden. Oh, ich kann sie schreiben. Geil. Und jetzt? Ah! 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 Ekleid. Wie macht man eine Schematik? Zwei Papier und dann Lapis drunter. Lapis. Hast du noch Lapis? Ja. Party. Party? Party. Ich schreibe gerade Schematiks. Hier kannst du auch schon mal welche haben. Hier passen eh nur drei rein. Aber die... Also ich habe jetzt die ersten drei. Ich habe jetzt den Storch Cell. Storch Segment. Und jetzt mache ich den... Äh... Den Storch Block mache ich jetzt. Und du müsstest dann noch den letzten machen, glaube ich. Also ich muss den... Du musst den... Den Cluster. Den Cluster machen. So, dann habe ich hier den Cluster. Ja, und dann legst du die Schematik rein. Oder klickst die Schematik an. Ne, reinlegen. Und dann auf unten rechts auf... Achso, das Rezept musst du noch reinlegen. Warte. So. Und jetzt unten rechts auf Right Schematic klicken. Ja, habe ich doch schon. Achso. Ah, da ist es ja. Aber du kannst hier oben, wenn du da auf den drückst, dann kannst du das machen. Genau, ja. Aber hier in dem kann das ja drin bleiben, hier. Interessant. Okay. Dann kann man hier nämlich schon mal Glas und Glowstone reinlegen. Den anderen Schüssel braucht man dann nicht. Ja, hier Glas und Glowstone, ne. Kann ich ja erstmal. So, und dann hier muss ich Redstone... Ach, warte. Ich hole mal erstmal alles raus und gucke, was ich jetzt hier... Ach, wenn man Shift drückt, sieht man auch, welches Item drin liegt. Im Schematik. Dann sieht man das, äh... Ah, stimmt. Ist cool. So. So, ich habe dann mal hier jetzt schon mal geile Sachen reingepackt, die du jetzt wieder rausgenommen hast. Ja, warte. Das muss rein. Das muss rein. Äh, Redstone muss rein. So, was brauchen wir hier? Glas muss rein. Haben wir noch Glas? Ja, ansonsten müssen wir Sand. Ja, wir haben hier. Und Glowstone. Bremer, haben wir Glowstone? Oh, ich hoffe, wir haben Glowstone. Ja, haben wir. Okay. So. Dann fehlen hier jetzt nur die ME-Advanced-Processor. Hä? Achso, die DIA-Dinger, ja. Warte. Die habe ich. Ah, da brauchen wir immer mehr. Weil... Ja, wir brauchen noch ganz viel. Wir müssen auch noch mehr Quarz schmelzen und so. Hier ist ein 64er-Stack drin. Ich packe mal noch eins rein hier. So. Und so viel... Hast du denn schon ein Rezept, wie man die macht, die DIA-Dinger? Ne, ne? Ne, das habe ich noch... Das kannst du eigentlich auch machen. Richtig. Das kann ich dann mal machen. Ja. Brauchst du hier DIAs. Und Redstone nochmal. Ich hole nochmal was. Und das Messer. Ja, um Redstone. Warte, ich habe Redstone reingelegt. Und für Gold brauchst du auch. Oder? Nee. Doch, für die Gold. Gold ist drin. Ja, aber für die Gold-Dinger müssen wir dann auch ein Rezept machen. Ja, gut. Kann ich ja auch gleich machen. Warte mal. So. Ähm, hier soll dann das für den... Sollt. So. Und im Amboss, im Anvil könnten, müssten wir die ja, ähm... Umbenennen können. Umbenennen? Achso, die Schematics. Was meinst du? Ich teste das mal. Warum willst du die umbenennen? Damit du weißt, was da drin ist. Hier steht ja so schon da drauf. Aber findest du zu lang, oder was? Kann man umbenennen. Für fünf Level halt. Findest du das zu lang, oder was? Ja, ich seh das nicht ganz. Ich weiß nicht, wie's dir geht. Also ich seh es. Dolph Cluster Name. Advanced Processor Assembly. Ja, das seh... Okay, das seh ich dann auch. Also du drückst Shift, dann siehst du ja, was es ist. Ach ja. Ach na, Shift. Das hab ich ja total vergessen wieder gehabt. Du ein komischer Scheiß. Technik, ey, Technik. Technik. Fortschritt durch Technik. Das Auto... Ich hol noch mal Silikon. Gebraut keinen Schaden, oder so. Deswegen machst du das Projektor zusammen mit mir? Projektor mit mir, ja? Machst du ein Projektor zusammen mit mir? Project. Das ist unser Project, ey. Project. Was machen wir eigentlich, wenn das große Troubletown-Projekt am Start geht? Pausieren wir Engineers? Nein. Nein! Nein, also... Müssen wir mal sehen, ne? Vielleicht sind wir dann ja auch fertig mit Engineers. Vielleicht, ja. Glaub ich aber nicht. Ne, ich würd's nicht pausieren. Und müssen dann auf Engineers Staffel 2 warten. Ich würd's nicht pausieren. Ich glaub, wir haben hier noch einige Sachen, die wir mehr... Also, noch mehr Spaß haben können. Spaß! Spaß mit Zügen! Was? Hast du... Was machst du denn jetzt? Ich schmelz die Dinger! Warum machst du das denn hier? Weil das kürzer ist! Man hat zum Glück nicht gehört, wie ich einen Facepalm gemacht hab. Was? Ein Glück, Leute. Ein Glück. Man! Man! Ach, Manu! Wir brauchen so viel Zeug. Wir haben doch alles. Vielleicht reicht auch eine 64er erstmal. Nein! Dann machen wir gleich ein paar! Ja klar, aber... Bis wir die eine fertig haben, ey! Alter Vater, ey! Das ist der Dia-Prozessor. Muss ich den Dia-Prozessor... Ja, natürlich! Oh Gott! Oh mein Gott! So, davon brauchst du drei jetzt. Hat der Super funktioniert? Hast du auch gedrückt? Nee. Da fehlen aber Storage Cells. Du hast nur zwei. Nein! Äh, Moment. Achso, ne. Die haben wir ja da drin. Ach du großer Mann. Ganz viele Bau- und Arschlecken. So. Jetzt bauen wir die. Da fehlen jetzt golden Dinger. Ist drin! Wupp, wupp! Jetzt nicht mehr. So. Jetzt bauen wir... Den. Das dauert ewig. Wir brauchen noch mehr von den Dia-Dingern. Ich bin grad dabei. Dia und Gold. Attacke. Oh! Erst was essen. Wo sind die Gold-Dinger denn jetzt hin? Äh... Ja, alle. Ich hab doch gerade welche produziert. Die hab ich doch gerade verbraucht. Sache, die gehen nur ruckzuck weg. Ruckzuck! So zwei Stacks Silicone hier. Silicone... Wo ist denn jetzt? Was denn? Die Sachen verschwinden immer. Verschwinden nicht. Ich hab doch schon welche gebaut hier. Ein Block ist schon fertig. Wir brauchen jetzt noch Stowage... Nein! Ich hab gerade hier die Basic Prozessor Assemblies gemacht. Die sind aber irgendwie weg. Okay. Ich hab sie nicht. Da sind doch drei drin. Ja, die hab ich ja auch eben schon gemacht. Aber hier... Das sind zwei. Der klaut wieder. Ja, ich doch nicht. Ähm... Wo kann denn das ME hin? So, während so das Zeug backt? Backen tut. Nirgendwo. Wir bauen das einfach in das Haus Jux und stellen es dann zur Deko irgendwo hin. Das kann einfach irgendwo... Ich würd fast... Also... Oben, oder? Ich... Ja, aber da muss der Ausgang unten sein, ne? Ausgang unten. Die Kisten... Die Kisten verschwinden hier alle, ne? Stimmt. Ja, da könnte man die eigentlich das hier hinstellen, ne? Man könnte das eigentlich hier in die Mitte stellen. Und da drunter... Ach ne, hier geht's ja nicht runter. Äh... Aber hier drunter kann man dann die CPU machen. Ja, das geht. Ja, dann macht man da drunter noch eine Aushöhlung und da drunter die CPU. Damit wir Sachen automatisch craften lassen können. Ja. CPU ein bisschen weiter weg fahren muss, das ist sowieso nicht blöd, weil die kann ja explodieren. Und? Und? Man, was hier abgeht, wenn wir das Atomkraftwerk gebaut haben. Hahaha. Eigentlich müsste man das echt noch machen, ne? Genau. Einfach so zwei Typen, die keine Ahnung davon haben, Atomkraftwerk bauen lassen. So. So. Ich habe jetzt noch ein paar Dinge gebaut gehabt, ne? Warte mal, davon brauche ich jetzt sechs erstmal. Sechs. So, davon brauche ich jetzt noch zwei. Davon habe ich dann jetzt einen. So, jetzt brauche ich nochmal sechs davon. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt. Eins, zwei, zwei. Ich brauche mehr Gold. Mehr Gold. 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 Jawoll. Geil. So. Drei. Drei. Äh, drei. So. Dann. Und nochmal Redstone. Was man da alles verballert von, ne? Ja. Unglaublich. Wir brauchen noch mehr Basic, Dinger. Brauchen wir ein paar. Was da weg geht an Zeug, ey. Das ist unglaublich, ey. Bauten-Amesis-Team, haben sie gesagt. Bauten-Amesis-Team, haben sie gesagt. Bauten-Amesis-Team, haben sie gesagt. Wird witzig, haben sie gesagt. Am Arsch! Au. Oh. 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 Eskaliert jetzt. Eskaliert. Eskaliert. Es eskaliert hier gerade. Es eskaliert. Kommt, du zu lange. Hä? Du hast sie rausgenommen. Nein. Hättest du dich wenigstens auf einen abwarten können? Ja, den brauch ich zum weitermachen, weißt du. Einen. Und er geht. Mann. Das findest du toll, ne? Ja, das finde ich richtig witzig. Richtig witzig. Boah, geil. Boah. Äh. Ja, da viel Glowstone, würd ich wissen. Wieso fehlt da Glowstone? Okay, legen wir es da rein. Boah, krass, ey. Was ist wieder alles raus? Knallen. Ich bin ja schon ganz schlecht. Ja, das ist so ekelhaft. Ja gut, einen haben wir jetzt gebaut, ne? Was? Also ein Storage Cluster, oder? Guck mal. Boah, ein 64er. Ab in die Lava. Ja. Einer ist gebaut, jawohl. Ab in die Void-Chests. Oh, nein! Nein! Ja. Boah, vertraut sich dir ein Flitz legen. Oh, ho, 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 ho. Kannst du die Flüchte nicht rausnehmen. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Leute, ich war auf jeden Fall ziemlich witzig gerade. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, tschüss. Tschüüüüü. Wir kommen zum nächsten Mal.